Jim Ferguson, erfolgreicher Geschäftsmann, hat ein Problem. Er hat einen Zeitzwilling namens Biggles und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing Video hier auf Lord Gam Gam Full, The Other Side of Movies und heute mal wieder was aus dem Hause Wicked Vision und diesmal mal wieder ein absoluter Blindflug für mich, weil der Film selber sagt mir was zum Titel, der Biggles-Effekt, aber den Film selber habe ich bis dato noch nie gesehen und der wurde jetzt vor kurzem zum ersten Mal auf Bray und DVD und auch komplett ungeschnitten, weil die VHS selber, die hier in Deutschland rauskam, die war leicht geschnitten gewesen, hier von Wicked Vision veröffentlicht als Nummer 39 ihrer Limited Collector's Edition und das ist jetzt mal kein trashiger Horrorfilm oder so, das ist eher ein Science-Fiction-Film, der auf einer Romanreihe von William Jones basiert, die es zwischen 1932 und 1968 auf insgesamt 100 Bände gebracht hat und 1969 war sogar eine Verfilmung schon angedacht zu dieser Romanreihe und der Schauspieler James Fox sollte sogar Biggles spielen, allerdings die Produktion dann doch kurz vor Drehstart abgebrochen, man hat schon Promomaterial, man hatte schon Requisiten aufgebaut, aber man hat es dann aus irgendwelchen Gründen halt sein lassen und dann 1986 ist dann halt der Biggles-Effekt rausgekommen, ist auch bis dato die einzige Verfilmung zu dieser Romanreihe hier und neben den Hauptdarstellern Neil Dixon und Alex Hyde-White haben wir auch einige recht bekannte Namen hier im Cast, die Nebenrollen mit am Start sind, wie zum Beispiel Peter Cushing, der hier seine letzte Rolle in diesem Film hat, dann der gute Marcus Gilbert aus Rampo 3 und Armee der Finsternis und der gute William Huthkins, den man zum Beispiel aus Batman, Flash, Gordon, Death Machine, Hardware Mark 13 oder Indiana Jones und die Jäger des verlorenen Schatzes kennt, der ist leider schon 2005 verstorben, aber hat wirklich in vielen bekannten, großen und teilweise auch kultigen Genrefilmen mitgespielt, und das ist auf jeden Fall ein Cast, das ich echt sehen lassen kann und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der Film denn so ist, denn ich habe ihn bisher noch keinen Trailer angeschaut, noch sonst was, ich habe mich ein bisschen belesen darüber, über diese Zeitreisethematik, die in dem Film drin ist und der Film hat damals nicht nur gute Kritiken bekommen, er hat natürlich auch ein paar Verrisse geerntet, einige Leute meinten, das wäre zu anstrengend, zu haarsträubend, zu turbulent das Ganze, aber so muss es doch halt auch sein, die Leute wollen unterhalten werden, die wollen Spaß haben und da soll man sich nicht lange mit Larifari aufhalten und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der Film letzten Endes ist, aber die Veröffentlichung selber hier gefällt mir auf jeden Fall, denn ich hatte natürlich hier die Qual der Wahl zwischen drei Mediabook-Cover-Wrenten, die alle auf 333 Stück limitiert sind, aber wo mich eigentlich nur Cover A wirklich angesprochen hat und das ist auch letzten Endes geworden und natürlich für die ersten 100 V-Besteller gibt es natürlich mal wieder im Wicked Vision Shop natürlich wieder eine Postkarte auf 100 Stück limitiert, diesmal sogar eine Very Important Postkarte, das wäre ja übrigens eine VIPP, aber ich muss sagen, sieht recht ansprechend aus von dem Cover A, aber ich muss sagen, das Cover gefällt mir halt am besten. Regie für die übrigens Jean-Yu und einen seiner Filme hatte ich schon vor einer ganzen Weile in meinem Format Ausgegraben besprochen gehabt und zwar Incubus Mörderische Träume von 1981 mit John Cassavetes in der Hauptrolle ist ein Film, der bis dato noch nicht hier in Deutschland offiziell auf DVD oder Blu-Ray erschienen ist, der hat auch Dracula's Hexenjagd inszeniert, der 1971 rauskam und ja, ohne Umschweife packen wir jetzt auf jeden Fall mal dieses schmucke Mediabook hier aus und wie man sieht, das ist natürlich Wicked Vision, gewohnte Qualität hier mal wieder am Start und auch eine ganze Menge Bonus Material, hier auch komplett wieder mit deutscher Untertitelung, Making-of haben wir hier, wir haben ja drei retro-perspektivische Interviews, unter anderem mit den beiden Hauptdarstellern, wir haben noch ein paar ältere TV-Mitschnitte von 1986, zwei Stück an der Zeit, die damals auch zu Promozwecken gemacht worden sind, wir haben hier auch noch ein Musikvideo, unter anderem mit The Mortals und John Deacon, John Deacon kennt natürlich die meisten als Bassisten von Queen und natürlich noch einiges anderes, das Bonus Material ist bis auf den Wicked Vision Programm Trailer auch auf der DVD enthalten und wie man natürlich sieht, ist hier das Deckblatt wieder ohne Klebepopel natürlich hier draufgelegt worden, was ich natürlich auch wieder sehr löblich finde, hier unten haben wir natürlich alle Informationen, ja, ungekürzte Fassung, ja, deutsche Stereotonspuren, okay gut, ob man darauf hinweisen muss, egal, und natürlich sehr umfangreiches Bonus Material und natürlich zum allerersten Mal wirklich auch ungekürzt, wie es natürlich hier auf dem Flyer draufsteht und ja, sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus und haben natürlich hier auf der Rückseite nochmal Werbung für eine andere Veröffentlichung aus der Collector Series und zwar Madhouse mit Peter Cushing und Vincent Price, der ist jetzt auch schon draußen und hier unten natürlich nochmal was zu dem Buch über Sirio Santiago und wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Mediabook selber und ja, ich finde es einfach vom Artwork her, finde ich es gelungen, es ist einfach das Hübscheste überhaupt von den dreien, muss ich jetzt wirklich sagen und sehr ansprechend gestaltet, das Ganze natürlich wieder hier in Hochglanz, aber von den einzelnen Details her sieht das wirklich sehr, sehr schön aus und auch dieser Rahmen hier selber, den finde ich jetzt nicht unbedingt störend oder so, das hat auf jeden Fall eine schöne Stilistik, muss ich sagen, hier natürlich mit unseren Helden Biggles und der gute Jim Ferguson, der da hinten um sein Leben rennt, während er gar nicht weiß, was hier so los ist, ja, muss man mal so sagen, hier prallen zwei Welten aufeinander, vor allem wenn man einen Zeitzwilling hat, dann sieht das beiden natürlich wie gewohnt so aus und auf der Rückseite haben wir natürlich dann nochmal eine Inhaltsangabe, sowie natürlich hier einige Szenenbilder, die schön als so eine Collage wieder übergehen, hier der gute Peter Kasching, dann auf jeden Fall noch die Credits und natürlich hier noch die technischen Informationen zu Bray und DVD, interessanterweise ist die DVD hier natürlich code-free, muss man sagen, weil Regionalkode 0 hier muss man sagen, ist eigentlich auch, weil das ist für jeden Ländercode, die ganze Geschichte hier und hier auf jeden Fall die Extras und hier hat man auch einiges zusammengetragen, muss man sagen und hier natürlich ganz kleinen Hinweis nochmal auf KVA limitiert auf 333 Stück und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es innen drin aussieht, da haben wir natürlich wieder ein 24-seitiges Booklet mit einem ausführlichen Essay von Christoph N. Kellerbach und diese Essays in der Regel immer lesenswert, ja und ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ansprechend aus, finde ich sehr, sehr gelungen, also hier haben wir auf jeden Fall erstmal die Blu-ray Disc, die so gelabelt ist, sieht auf jeden Fall sehr schön aus, da kann man absolut nichts gegen sagen, finde ich echt gelungen, dieses Artwork auf der Disc und dann haben wir natürlich auf der rechten Seite die DVD, die natürlich mal mit dem gleichen Artwork daherkommt, da hat man einfach mal ein bisschen Recycling betrieben, ist allerdings muss ich sagen vollkommen in Ordnung und als Innenartwork haben wir hier so ein paar Uhren quasi, die so für die Zeit stehen, ja die so gegeneinander laufen, ist natürlich auch eine ganz coole Idee, das als Innenartwork hier zu bringen und dann kommen wir natürlich ganz klar noch zum Booklet und das ist diesmal von der Layout, von der Textgestaltung ein bisschen anders ausgefallen, ja, auch, ja, was so den Hintergrund angeht, ja, sieht es einfach mal ein bisschen anders aus, ist natürlich schön, ist eine gewisse Abwechslung zu dem, was man eigentlich ansonsten von Biggit Vision kennt, wie die Booklets vom Layout, von der Bildgestaltung und so weiter sind, aber sieht wirklich sehr cool aus und hier geht es auf jeden Fall um den Ersten Weltkrieg, um den Helden Biggles, natürlich auch um den Autoren V.E. Jones, der ihn erdacht hat, den Traum vom Fliegen, die faszinierende Welt des V.E. Jones, der war nämlich auch Pilot gewesen nebenbei und auch wirklich sehr erfolgreich, Schriftsteller und das Ganze hier garniert mit einigen Themenbildern, die auch, muss ja echt guter Qualität daherkommen und wirklich sehr, sehr, sehr viel Text, das finde ich wieder sehr lobenswert und natürlich wird hier auch schön der Film an sich aufgebröselt, die Definition von British Cool, das Leben von Biggles und seine vielen Abenteuer. Gut, der Film war sicherlich nicht erfolgreich genug, sonst hätte es sicherlich noch weitere Filme auf jeden Fall gegeben, aber es hat sich leider nicht ergeben, deswegen ist es halt bei diesen einen Filmen gelungen und hier wird auf jeden Fall auch nochmal auf die frühere Produktion Ende 60er Eingang, wo schon mal ein Film geplant war und die Produktion von der Biggles-Effekt und hier wird natürlich auch ein bisschen auf die Darsteller eingegangen, das gefällt mir richtig gut, also da kann man definitiv nichts sagen, hier auf jeden Fall nochmal was zu William Houtkins, ja, kann sich definitiv sehen lassen, also das Booklet gefällt mir richtig gut, also hier steckt wirklich viel, viele Informationen drin, der Bildanteil ist natürlich mehr geringer gehalten, aber ich muss sagen, das finde ich vollkommen okay, ja, ähm, lieber so, als wenn man nur ein reines Bilderbuch hat, also da kann man auf jeden Fall wieder einige Informationen für sich rausholen und hier auf jeden Fall nochmal die Postkarte, ja, das deutsche Kinoposter, wer das gemalt hat, okay, gut, Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, aber ich muss sagen, ich finde einfach das Artwork hier vom Mediabook wesentlich hübscher als das da quasi, aber na okay, ja, es gibt so einige Postermotive, über die sich definitiv streiten lässt zu diesem Film und dann haben wir natürlich hier auf jeden Fall nochmal die Credits, wer alles natürlich hier an der, ähm, Produktion dieser Mediabook beziehungsweise Blu-ray-DVDV beteiligt war und hier natürlich auf der letzten Seite noch ein schönes Bild vom guten Sir Peter Cushing, natürlich hier so ein bisschen abgerannt sieht das ganz aus, aber muss ich sagen, sieht echt gut aus, also wirklich ein schön gemachtes Booklet, ähm, dann natürlich auch noch einiges am Bonusmaterial, was man hier zusammengefahren hat und allgemein, ähm, dafür, dass es jetzt hier, ähm, zum ersten Mal wirklich die ungeschnittene Veröffentlichung des Films ist, erstmalig auf Blu-ray-DVD kann man hier definitiv nicht meckern, ich finde die VÖ sehr, sehr gelungen, ja, wirklich, äh, und freue mich echt, mir den Film anzuschauen, wenn es die Zeit denn zulässt, ja, also die Fülle hier an Veröffentlichungen, die ihr teilweise bei mir eintrudelt, ähm, ist echt nicht wenig, aber ich muss sagen, von mir bekommt diese Mediabook-VÖ auf jeden Fall die volle Punktzahl, 5 von 5, das Ding gefällt mir, von hinten bis vorne, also wirklich eine richtig schöne Veröffentlichung, aus dem Hause Wicked Vision kann ich eine klare Empfehlung für aussprechen, äh, und ihr könnt mir natürlich in den Kommentar reinschreiben, wie ihr die Mediabook-VÖ hierzu der Beagles-Effekt kennt, ob ihr den Film eventuell kennt, wie ihr den denn so findet, äh, könnt ihr alle eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen, würde mich auf jeden Fall freuen, und das war es jetzt mit meiner Produktvorstellung, beziehungsweise Unboxing zu der Beagles-Effekt als Limited Collector's Edition Nummer 39 aus dem Hause Wicked Vision, und wir sehen uns auf jeden Fall wieder zu einer weiteren Produktvorstellung oder Unboxing oder zu irgendeinem anderen Video hier auf LordGamGamFull, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris. Ich bin der Eingetorin. Ich bin der Eingetorin.